Ey, blöd Leute, Telefon klingelt schon wieder. Wer ist heute dran? Rack ist dabei, geh ans Telefon. Ja, warum soll ich schon wieder am Telefon? Ich habe gerade drei Betruger verarschen. Wie bitte? Telefon? Was ist mit dem Telefon? Ah, das ist cool Leute, lasst mich mal. Ich will auch mal wieder drankommen. Ja, das könnte man sicherlich machen. Das ist mit Sicherheit eine sehr lustige Angelegenheit. Aber mit Sicherheit nicht für die Betrüger, denn die werden nichts zu lachen haben. Ja, finde ich auch, man. Ich hab da voll Bock drauf, man, die richtig fertig zu machen. Hör mal zu, wir losen das Ausleuchten. Wir schreiten uns hier nicht, jetzt kommt jeder dran.